13. April 1962, schmerzhafter Freitag Die erste Mitteilung der heiligsten Jungfrau Auch an diesem Tage habe ich den Wunsch des Herrn Jesus entsprechend für die zwölf Priesterseelen von 12 Uhr bis nachmittags 3 Uhr gesöhnt. 14. In ihm versunken bat ich die heiligste Jungfrau, die heiligen fünf Wundern ihres göttlichen Sohnes in mein Herz einzuprägen und ihn um sein Erbarmen zu bitten. 15. Dicke Tränen rollten auf meine Wangen herab. 16. Währenddessen vernahm ich in der Tiefe meiner Seele das unaussprechliche Leid und Weglagen der schmerzreichen Mutter Gottes. 17. Ihr Schluchzen strömte auch in meine Seele über. 18. Dann sprach sie mit schluchzender Stimme. 19. Meine kleine Kameliterin, viel wird gesündigt im Land. Hilf mir, retten wir es. 20. Ich gebe euch einen Lichtstrahl in die Hand. Er ist die Flamme der Liebe meines Herzens. 21. Zu dieser Liebesflamme gib deine Liebe hinzu und gib sie weiter. 22. Meine Mutter, warum wirkst du nicht Wunder wie im Fatima, damit man dir glaube? 23. Meine Tochter, je größer meine Wunder wären, umso weniger würde man mir glauben. 24. Meine Karmeliterin, den ersten Samstag zu begehen, habe ich erbeten, und man achtet ihn doch nicht. 25. Ich bin eure gütige und liebende Mutter, und mit euch vereint, Hand in Hand, rette ich euch. 26. Euer Land hat der heilige König Stephan mir geweiht, und ich habe ihm versprochen, seine Bitte und die der ungarischen Heiligen im Herzen zu tragen. 27. Ein neues Mittel möchte ich euch in die Hand geben. 28. Ich bitte euch, nehmt es an und habt Verständnis dafür, denn ich schaue traurigen Herzens auf euch herab. 29. Die zwölf Priester, die mein göttlicher Sohn auserwählt hat, werden die würdigsten bei der Verwirklichung meiner Bitte sein. 29. Meine Tochter, nimm diese Flamme, die ich zuerst dir überreiche. 30. Das ist die Liebesflamme meines Herzens. Zünde damit das Deinige an und gib sie weiter. 31. Da schluchzte die Muttergutte so sehr, dass ich ihre Worte fast kaum verstanden hatte. 31. Ich fragte sie, was ich tun solle. Im Namen des ganzen Landes habe ich alles versprochen, nur um ihren Schmerz zu lindern, denn mein Herz war beinahe am Zerspringen. 32. Meine Tochter, ich bitte dich, den Donnerstag und den Freitag als besondere Gnadentage zu betrachten. 33. Die Art und Weise der Sühne ist die Sühnestunde in der Familie. 34. Diese Stunde, die ihr in Sühne verbringt, beginnt mit geistlicher Lesung. 35. Diese mögen der Rosenkranz und andere Gebete in gesammelter Andacht folgen. 35. Haltet die Sühnestunde zu zweit oder zu dritt, denn ihr wisst, wo zwei oder drei im Namen meines Sohnes versammelt sind, ist er dabei. 36. Seine Bitte gemäß, bekreuzigt euch fünfmal zu Beginn. 37. Dabei empfehlt ihr euch durch die heiligen fünf Wunden meines göttlichen Sohnes, dem ewigen Vater. 37. Ebenso sollt ihr die Sühnestunde auch beschließen. 38. Pflegt auch morgens, abends und tagsüber die Andacht, nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen zu machen 39. Und empfehlt euch dabei der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. 39. Dies bringt euch näher zum himmlischen Vater, und euer Herz wird mit Gnaden erfüllt. 40. Diese gnadenvolle Flamme, die ich euch aus meinem unbefleckten Herzen gab, 40. Soll von Herz zu Herz gehen und alle Herzen im ganzen Land entzünden. 41. Das wird das große Wunder sein, dessen Licht Satan blenden wird. 41. Sie ist das Feuer der Liebe und Eintracht, die ich durch die Verdienste der heiligen Wunden meines göttlichen Sohnes beim ewigen Vater erwirkt habe. 42. Nach diesen Worten weigerte ich mich, in der Überzeugung meiner Unwürdigkeit diesen Antrag, diesen Auftrag anzunehmen. 42. Du vertraust mir deine Anliegen an, aber wie soll ich sie weitergeben? 43. Und wieder weigerte ich mich. 44. Nach einigen Tagen versprach die heiligste Jungfrau die Opfer, die ihr göttlicher Sohn verlangte, mit ihrer mütterlichen Liebe und Hilfe zu unterstützen. 44. Ich werde bei dir sein, meine kleine Karmeliterin. Ich drücke dich an mein Herz. 45. Meine himmlische Mutter, ich habe eine Frage an dich. 45. Sie kannte sie bereits und antwortete auf meine Frage. 46. Bringe die Bitte meines Sohnes. 47. Die heiligste Jungfrau nannte ihn ihren lieben Sohn. 47. Während sie dies sagte, begriff ich durch ihre wundersame Eingebung, wie sehr der Wille der heiligsten Jungfrau mit dem ihres göttlichen Sohnes, des ewigen Vaters und des heiligsten Geistes im Einklang steht. 48. Die allerseligste Jungfrau versprach ihren Beistand, damit diese kleine Flamme sich wie ein Lauffeuer verbreite. 49. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 50. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 50. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.